Ah, den hier. Einfach Buddy. Mal gucken, ob er's der kann. User was moved to your chest. Hallo. Ja, hi. Herzlich willkommen beim Bausuchquiz. Möchtest du mitmachen? Ja, klar. Bist du auf dem Server? Ja. Okay, okay, okay. Spring da mal runter, Buddy. Spring da mal runter. Ähm. Hast du keinen Fallschaden, Börg? Nee. Was? Support ist doch kein Mord. Nee, Spaß, alles gut. So, ich DB dich mal hier runter. Hier unten bitte ein bisschen rumlaufen, okay? Ja, klar. Also, kennst du das Bausuchquiz schon? Ja, klar. Brauch ich dir nichts mehr erklären? Nee, es geht um 10 Millionen, also... Nee, 5 Millionen. Mehr 5 Fragen? 5 Millionen. Ach so, ja, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Dreimal leicht, einmal mittel, einmal schwer. Okay, gut. Okay, gut. Dann fangen wir an. Also, welcher nicht kaufbare Rang ist nach dem Ohna-Rang der höchste? Entweder A, Admin oder B, Developer. Welcher nicht kaufbare Rang? Also quasi, welcher Team-Rang? Ach so, wenn nicht kaufbar ist. Admin. Ist das eine Frage oder eine Antwort? Ihr stellt das immer so als Frage. Eine Antwort, okay. Also, soll ich sagen, Admin eingeloggt? Ja. Okay, ist natürlich richtig. Der Admin-Rang ist nach Ohna-Rang der höchste Rang. Okay, nächste Frage. Welcher Rang ist in der Dab-Liste blau? A, Ultra oder B, U? Oh Gott, ich glaube, die Frage hatten wir schon mal. Aber ja, richtig. Dann kommen wir zu der dritten leichten Frage. Die Tiere auf Bausucht, die spawnen, wenn sie A, kein Nehmtick haben oder B, zu viele sind? Kein Nehmtick haben. Ist das eine Frage immer für dich oder eine Antwort? Eine Antwort. Okay, dann ist es richtig. Gut, wir haben die drei leichten Fragen, hast du geschafft schon mal. Das heißt, du bist jetzt bei 100.000. Möchtest du weitermachen? Ja, komme ich zu durch. Dann die erste mittlere Frage. Kann man auf dem Cebi-Gold und Nero unter Wasser sitzen? A, ja oder B, nein? Bei Cebi-Gold unter Wasser sitzen. Das ist eine fiese Frage, du, ne? Immer schön weiter bewegen, immer schön weiter bewegen, ne? Ja, klar. Du darfst natürlich ein bisschen nachdenken. Darf ich meinen Joker benutzen? Du darfst natürlich deinen Joker benutzen, klar. Kannst du dann, oder, ja, kannst du dann bitte einmal Always Karma? Always Karma, okay. Ja, genau. Slash, äh, Always Karma. Hallo, liebe Always Karma. Du bist bei mir in der Aufnahme gelandet, und zwar ist der liebe Batti hier gerade bei der Bausuchquiz und hat dich als Joker gewählt und du musst ihm jetzt helfen. Ja, alles gut. Okay, dann ist die Frage jetzt, ah, ich muss dich kurz nochmal, Always Karma zu flut. Hast du, du musst nämlich auch hier rumlaufen, bitte? Oh, ich bin tot, ja, Moin. Warte. Okay, perfekt. Einfach hier ein bisschen rumlaufen, ne? Also, ich stelle die Frage. Kann man auf dem Cebi-Gold und Cebi-Nero unter Wasser sitzen? Antwort A, ja, kann man. Antwort B, nein, kann man nicht. Ich, ich hab so einen Blackout, ne? Das ist auch nochmal schwer. Das ist ja auch die mittlere Frage, ne? Hier geht's schon um 500.000 Minuten. Ich sag, ich sag nein, kann man nicht. Oh, Digger. Also, du, lieber Batti, musst jetzt halt die Antwort geben. Verlässt du dich auf deinen Freund oder entscheidest du dich selber? Also. Ich brauch jetzt die Antwort von dir. Ja, kann man oder nein, kann man nicht. Ich zeig's dir mal kurz, ich geb dir eine kleine Hilfe. Hier, komm mal zu mir. So, hier. Ja. Da kannst du ja drauf sitzen, oder? Genau. Und jetzt ist die Frage, kann man das auch unter Wasser machen? Ja, mach mal was darüber. Ja. Ihr merkt schon, du bist noch richtig als Stinker. Also, fünf, vier, drei, zwei, eins, und jetzt die Antwort, bitte. Die Antwort. Deine Antwort ist nein. Das ist richtig. Man kann nicht sitzen unter Wasser. Ich hab's grad ausprobiert in der Aufnahme. Man wird einfach runtergepackt quasi. Es geht nicht tatsächlich. Alter, aber das ist echt eine schwierige Frage. Ich musste selber nachgucken gehen, weil ich's nicht wusste. Unfassbar. Somit hast du jetzt schon bei 500.000. Lieber Always, ich move dich wieder raus, ne? Ja, danke für deine Hilfe. Ich grüß euchs Legend und August Stringspa. Das kommt nicht auf die Liste, Alter. Er ist auch grad am Telefon. Ali sagt mal. Ey, das ist kein Telefonjoker jetzt hier. Raus, hier, raus. Okay, Patti. Also, 500.000 Münzen. Nächste Frage ist eine schwere Frage. Und es geht um 5 Millionen. Nimmst du die 500k oder machst du weiter? Ich mach weiter. Du machst wirklich weiter? Obwohl du... Ja. Wow, Alter, ohne Joker. Ich möchte 5 Millionen. Ich möchte 5 Millionen. Bruder, Bruder. Oh mein Gott. Boah, also das sind echt... Diese Fragen, ich traue mich, sie gar nicht vorzulesen. Nehmen wir... Oh Gott. Ich versuche eine zu finden, die nicht ganz so gemein ist für dich. Wer ist dir? Wird beim Haustiertrainer als drittes angezeigt? Boah. A, Pferd oder B, Schaf? Warte mal. Ja, ja, das ist jetzt die 5 Millionen Frage hier an der Stelle. Boah, warte mal. Ich glaube, Schaf ist weiter unten. No risk, no fun, Pferd. Ich glaube, Pferd, ja. Ist das deine Antwort? Ja. Du sagst, das Pferd ist an dritter Stelle, richtig? Oder? Warte mal, Zombie. Alter, du musst dich entscheiden. Ja, okay, komm, komm. Also, warst du einfach risky auf Pferd? Ja, normal. Okay, dann muss ich dir leider mitteilen, das Pferd ist an dritter Stelle und du hast geschafft, 5 Millionen einfach hier abzustauben. Krass, hast du es wirklich gewusst oder geraten? Komm, sei ehrlich. Nein, ich kann es geraten. Du hast geraten, Alter, du lacker. Einfach ab, nochmal lacker. Ja, Adcoins, Slash Adcoins, Einfach Buddy und 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam. 5 Millionen auf dein Konto. Herzlichen Glückwunsch und bis heute der erste Pause-Quiz-Gewinner. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Möchtest du auch noch jemanden grüßen? Ähm, ja, und darf ich noch ein Screen machen? Ja, Slash V, komm schnell, 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 hinter dir, los, los, los. Oh, 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 verkackt. Äh, so, ja, so ist gut. Okay. Also, möchtest du jemanden grüßen auch noch? Ja, ich grüße die komplette Einfach-Family. Oh Gott, okay. Dann wünsche ich dir ganz ein Einfach-Family auch, lieber Grüße. Hau rein, ne? Schönen Abend noch. Danke schön. Viel Spaß mit den Münzen. Ciao. Okay, Leute. Der liebe Einfach-Party hier hat einfach gerade 5 Millionen Münzen abgestaubt. Das nenne ich mal richtig geil. Die Fragen hier sind aber auch echt schwer, Leute. Ihr müsst...